Musik 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 Es ist ein paar Monate her, da haben 4 Millionen Aufrufe Die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands SternTV 1996 Junge, das kannst du mir doch nicht erzählen Wir haben ihnen den VfB Grafenau C-Klasse Freiung Niederbayern vorgestellt Es schien die schlechteste Mannschaft in Deutschland zu sein, 0 Punkte und 11 zu 233 Tore in gerade mal 22 Spielen. Schlechter geht's nimmer, aber da kam dann postwendend nachdem der Verein bei uns in der Sendung war der Einspruch, und zwar gäbe es dann noch den FC Sofienthal C-Klasse 2 bei Reut. Deren Ergebnis ebenfalls 0 Punkte und 29 zu 339 Tore in 30 Spielen Das ließ uns nicht ruhen und rief nach einem endgültigen Entscheidungsspiel. Schlecht sind beide Ach, die haben dann gegeneinander gespielt? Aber wer ist der Allerschlechteste von beiden? Stefan Euler hat's herausgefunden Ein Tag vor dem Finale herrschen in Sofienthal Hektik und Nervosität. Die Bewohner, 100 Enten, 100 Hühner, 200 Hasen und 500 Menschen fiebern dem Duell entgegen Dich, was ist denn bitte das für ein geiler Kommentator? Das Gerücht, dass man hier im kosmopolitischen Teil des Fichtelgebirges gar nicht das Schlusslicht aller Vereine sein soll, stößt auf Unglauben denn die letzten Erfolge liegen nun wirklich lange zurück. Wann ist das gewesen? 1900 1990 Zweitschlechtester Verein zum Kichern Denn es gibt drei Arten von Lügen Zwecklügen, Notlügen und Statistiken Ergo, die Nullpunkte und 29 zu 339 Tore müssen im Duell überprüft werden Für den Beweis zu Hause gegen Grafenau bringen sich die Oberfranken fix in Form Asketisch, Ästhetisch, Elfengleich federn Männer des kernigen Typs über die Grünfläche Entbehrungen werden eingeklagt Wir machen also heute nicht zu viel damit wir morgen fit sind und dann hinterher auch ein wenig heute Abend nicht zu viel trinken Den Tiefschlag, der mieseste Trainer Deutschlands zu sein erträgt der Berger-Erwin mit napoleonischer Größe Erfolglos Das bin ich, Chat Da sehe ich mich drin Das bin ich In 20 Jahren stehe ich da so an den Seitenlinien bei Delay Sports Genauso Das Outfit auch mit den Händen an der Hüfte mit kleinen Plauze kein Problem In 20 Jahren Trainer Deutschlands zu sein erträgt der Berger-Erwin mit napoleonischer Größe Erfolglos ja, schlecht, nein Nach einem Training mit fußballähnlicher Leibesertüchtigung blüht man sich wie immer Wir machen es den Morgen weg, wie es ist braun 6-1 für uns 10-0 12-1 12-0 Samstag, Tag der Entscheidung Es geht um 80 cm morbide Hässlichkeit Geschaffen, um zu strafen Modelliert, um zu erniedrigen Der Titan des Jahres Die Trophäe für den Verlierer 96 Die Sophientaler posieren arrogant in Siegerattitüde Dortmunder Gelb-Schwarz soll Grafenau mental erschüttern Grimmige meditative Entschlossenheit dagegen bei den Gästen aus Grafenau Sie haben in der kommenden Saison hohe Ziele Einen Punkt Einen Punkt wollen wir unbedingt tun Für das kämpfen und für das laufen Rasenfrei für die Schlacht im Stadion an der Schweinebucht Bayerisch-bayerisches Gigantentreffen Astrale Körper in Stern-TV-Trikots Blicke unbeirrt Anpfiff Gelähmt durch die Rekordkulisse von 500 Besuchern Kommen die Grafenauer schnell in Bedrängnis Haarscharf verfehlt ein Freistoß Ein Eichhörnchen neben dem Tor Schnell zeigt sich, dass hier zwei blinde Teams zumindest einäugigen Fußball erstümpern Rasse und Klasse sind zumindest als Vorsatz anzunehmen Auf dem Basen entwickeln sich munter wechselnde Besitzverhältnisse Und geniale Pässe wirbeln Freund und Feind durcheinander Bei dem angeschlagenen Tempo kommt nur der Ball mit Schluss mit lustig sagt sich nach sieben Minuten der Klingeis Ernst Ein Hackentänzchen verzaubert den Kontrahenten Ein kleiner Schritt beiseite verknotet den nächsten Und ein satter Schuss erzöhnt den hintersten Wie gut war das denn gemacht? Klingeis Ernst Ein Hackentänzchen verzaubert den Kontrahenten Ein kleiner Schritt beiseite verknotet den nächsten Und ein satter Schuss erzöhnt den hintersten Grafenau führt 1 zu 0 Die Antwort von Sofienthal ein wütender Angriff mit Köpfchen Doch vergeben die Großchance Dann die 15. Minute der Grafenau Express rollt Filigranes Passspiel findet zu Manzenberger Alex Ein abgerutschter Schuss es steht 2 zu 0 Wann hat es solche Beglückung schon mal gegeben? Doch nicht genug 26. Minute Klingeis Ernst Der blonde Siegfried vom germanischen Typus Fummelt, wirbelt, trickst Das ist das Netz Ja ok Digga das ist unfair Die haben den irgendwo her geholt Kannst du mir doch nicht erzählen Der ist richtig gut Guck mal der ist beidfüßig und so Kaum mit kommt 3 zu 0 Die Vorentscheidung Nein, körperliche Überheblichkeiten führen zu einem rüden Foulspiel Der Anschlusstreffer kurz vor der Pause euphorisiert die 500 Fans Die meisten jedenfalls Trotz diverser Plessuren Kräfte werden in der Pause mit eingängigen Parolen erweckt Und das möchte ich auch bei D-Day-Sport sehen Jetzt voll Bauer spielen Also der 2 Stürmer Jetzt haben wir den 3 Stürmer zurückgeholt Und jetzt nur mit 2 Stürmspitzen Und jetzt müsste es voll drauf gehen Die Trophäe winkt Sofienthal gibt auch in der 2. Hälfte nichts Grafenau hält dagegen Mit allem Verweichlichte Mimosen am Spielfeldrand Wollen lieber Ballett sehen Die Grafenauer Kräfte scheinen zu erlarmen Dieser Spielzug verdeutlicht Am häufigsten treffen beide Teams Das allgegenwärtige Luftloch Mitte der 2. Hälfte Entdeckt Sofienthal Entdeckt Sofienthal dann die freien Räume Nicht vorhandene Sportkameraden werden gesucht Und nie gefunden Egal Bei Standardsituationen Brennt es lichterloh im Gästestrafraum Der Druck der Fichtelgebirgsbewohner Fordert den Niederbayern das letzte Ach was Das allerletzte ab Nur durch Kampfkraft Und unwiderstehliches Passspiel Befreien sich die Grafenauer aus der Umklammerung Ein super Spiel Aber gut spielen sie Wer Warte mal Wer Ah die Gelben Die Gelben Das spielen sie hier Erst haben die Gelben kein Glück Dann kommt Pech dazu Ein Mann namens Seidelgeorg Exekutiert alle Hoffnungen Mit einem Grätsch seit Fallquerschuss 4 zu 1 nach einer Stunde 5 zu 1 Dann 2 Minuten später Wieder der Blonde Wieder ein Grätsch seit Fallquerschuss Überhaupt der Blonde So hoch verlieren ist Betrug Wir haben ein paar gute Leute drin Die können ja Bayern nicht spielen Sozusagen der Elfer Also ihr seid komplett desillusioniert Ja wir haben halt unsere Mannschaft Und wir haben das ganze Jahr gespielt Eilaufen lassen Ohne eben Geschiss Ja macht er gut Das ist ja Quatsch Digga Da gibt es glaube ich ein paar Die sind Nummer 11 viel zu gut Sportliche Worte am Rande Grafenau antwortet auf dem Platz Der Schrammerhans Straft einen läppischen Griff Und schiebt zum 6 zu 1 ein Und eine Minute später Eine aparte Kombination Unter durchtriebener Mithilfe Vom Seidelgeorg Filetiert der Elfer Der mysteriöse Klingeis Ernst Die Abwehr 7 zu 1 für Grafenau Der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte Das stiftet Verwirrung Ich glaube 7 zu 1 Jetzt machen wir 3 zu 0 7 zu 1 glaube ich Aber du glaubst es nicht 7 zwischen 6 und 8 1 so irgendetwas Das Spiel im Stadion an der Schweinebucht Ein Paradoxon Der Sieger geht leer aus Sofienthal dagegen Schreibt wie erhofft Sportgeschichte Ihr habt jetzt ununterbrochen verloren Heute das 31. Mal in dieser Saison Und wir haben gedacht Es ist den Titan des Jahres wert Und sicherlich Bewegende Momente im Leben Der Sofienthaler Idealisten Aber auch für den Vater des Pokals Fachwissen bei Technik und Taktik Finden Anerkennung In den Fluten des Schweinebachs Das Saisonziel 97 Ist für Berger Erwin und sein Team klar Titelverteidigung Der hat die Männer Der hat die Männer Ja ne ich dann Trainer von einem Fisch verliebt Dürgen Wir sind wieder Eure Entschuldigung Und wir kommen Und wir kommen Rauf Und wir kommen Du Du Ja Wir kommen Und wir kommen Sprecher